morgen leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ufc 2 natürlich und wir spielen weiter und ich bin mal gespannt was das schönes ist so und 7100 okay ach das warten immer und das warten und das warten vom training fortsetzen genau so wir gucken mal 80 80 80 linkes bein stecke mit den nummer erhöhen 15 nein ich weiß nicht was los ist wieso hat er sonne ach nicht doof darauf genau 77 naja wir machen das einfach ich weiß auch nicht wieso er problem auf einmal hat sonst ging das eigentlich relativ gut naja ausdauer minus 2 online naja wir machen mal leider gibt es keine musik weil ja sonst sollen die wieder rum ich weiß auch nicht wieso aber naja ich hoffe es stört euch trotzdem nicht dass wir ohne sound also ohne musik spielen das wichtigste ja einfach nur man hört einfach nur das ditschen ins gesicht und die kommentatoren natürlich als nächstes der hauptkampf des abends zwischen monster und express was ich aber fett finde ist wir haben immer einen titelkampf kommt das muss man einfach mal weiter hier die gegenüberstellung der kontrahenten in diesen das können wir an das kampf im weltergewicht an okay dann lass uns mal fangen express jetzt geht es endlich los der weltergewichtstitel steht auf dem spiel dieser heutige titel war der treffer zeigt wirkung der hat gut gescheppert was für ein kick zum kopf oh 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 der kick landet am top ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig war ich bin immer einmal zu schnell komm her zieh dich doch nicht so was ist das denn bitte aufstehen aufstehen jetzt geht es wieder in den stand gut ein toller round er geht dann er hat einen cut an der wanne oh das war ein wirkungstreffer ganz starker kick zum kopf ist angeschlagen klasse recht so das gemacht perfekt unglaublich wie er seinen gegner da auf die bretter geschickt hat was für ein ko ja ich weiß danke ja dann gehen wir jetzt mal in die wiederholung das kam also bam aber nicht mehr dir wischt das brauchen wir nicht sehen der kampf war schön hat mir gefallen ich hoffe euch hat er aufgefallen wir haben es geschafft oh gut so langlichkeit erhöht aber wir müssen uns ein bisschen beeilen also wir dürfen jetzt auch keinen kampf mehr verlieren sonst schaffen wir es beim nächsten mal nicht aber naja also das haben sie doch ein bisschen anstrengend gemacht finde ich dass du wirklich darauf achten musst dass du auch wirklich jeden kampf gewinnst aber naja so wir müssten ja eigentlich genug punkte haben wir können ja nochmal ein bisschen aufwerten guck mal 7.000 haben wir da machen wir mal fix technik vorzüge da wollte ich das hier ein bisschen erhöhen stufe 5 stufe 5 stufe 5 stufe 5 da kriegen wir beides noch hin da kriegen wir beides noch hin leider nicht aber naja ist nicht so schlimm jetzt sparen wir wieder und dann machen wir nochmal ein bisschen ähm ähm na warte ich muss kurz nachdenken ähm ähm vorzüge glaube ich war das nicht technik 5.099 habt ihr das gesehen training im stand nicht möglich ah naja so dann machen wir mal hier takedown clinch stärke machen wir mal ähm hier wieso ist das kurze sitzung fuck nehmen wir takedown glaube ich gut naja kann man nichts anderes machen schade eigentlich kämpfen naja ich bin mal gespannt ich hoffe ihr auch natürlich ja ja und als nächstes ein titelkampf im weltergewicht zwischen monster und teilen wurde er ist nicht bei der erd 99 eine stärksten die kontrahenten in unserem hauptkampf mal in der gegenüberstellung für diesen meisterschaftskampf sind fünf runden auf fünf minuten angesetzt ja ein starker kick okay starker kick zum kopf der ist angeschlagen oh fuck so viel aber ziemlich schnell in diesem kampf von der ersten sekunde an folger und das hat sich richtig ausgezahlt er hat seinen gegner kalt erwischt und gleich auf die bretter geschickt ja dann gehen wir jetzt mal in die hat gesessen ist das war jetzt das ja wir wissen dass ich das meisterhafte champion und bewusst war natürlich im karten trophäe gekriegt das sieht eng aus leute das sieht richtig eng aus ich glaube man das nächste schaffen wir nicht also ich glaube mal dann ist auch die käche vorbei aber wir werden sehen wir werden sehen die Du, 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 du. Okay. Wir steigen eine gewisse Klasse auf. Okay. Matchkampf 6000. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso, was soll... Okay. Da wird auch eine runtergehen können, glaube ich. Aber naja. Ich bin jetzt ein bisschen... verwirrt. Minus 3 Körpergesundheit. Ah, ja. Ausdauer, ne, ist das? 70. Mittel. Dann machen wir das. So, weiter zum Kampf. Mal gucken, was sie sagen. Da bin ich mal gestanden. Na? Cyclops, er ist auf dem Weg ins Octagon. Ich bin mir sicher, dass er versuchen wird, den Kampf irgendwie auf den Boden zu verlagern und seine Passing-Fähigkeiten einzusetzen. Mit seiner Technik und seiner Athletik hat er dann ganz klare Vorteile. Es ist schon beängstigend, wie Blitzschnell der auf dem Boden die Position wechseln kann. 5 Kämme vorgegangen, okay. Jetzt kommen wir rein. Jetzt bin wir geschlossen, was sie zu uns sagen. Also wir haben ja die Wildsklasse gewechselt. Monster kommt jetzt aus dem Tunnel und wirkt sehr motiviert. Okay. Die Freunde toller Schlagtechniken dürfen sich auf einen Leckerbissen freuen, denn der ist wirklich einer der Besten, was das angeht. Mal schauen, wie sein Gegner damit umgehen wird. Okay. Sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Mittelgewichtskampf geht. Mhm. Monster Cyclops. Hüso, los geht's. Klasse gemacht. Der Treffer mit dem Kick zum Kopf. Boah, was? So, aufstehen, 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 aufstehen. Alter. Das war voll heftig gerade. Ja, sauberer Kick. Schöne gerade. Voll mit dem Knie zum Kopf. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist für ein Heckkick. Gewaltiger Kick. Oh, unsauberer Punch. Oh, Mann, was für ein Kick. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wow, starker Kick zum Kopf. Gute Technik. Nein! So. Ja, der geht voll auf den Körper. Komm schon, Full Guard. Er geht in die Full Guard. Und hoch mit dir. Ich will. Und er schafft es. Er schafft es erneut, wieder hochzukommen. Nein, der Roundhouse Kick kommt nicht an. Ja, das Knie hat immer Zeit. Das war's. Gut. In diesem Kampf haben wir gesehen, absolut chancenlos zu sein. Er konnte sich hier nicht mehr vernünftig verteidigen und hat dann dem Ringrichter keine andere Wahl gelassen. Sehen wir uns mal unsere Video. Und jetzt zu Bruce Bauer. Okay, Leute. Das war's heute. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Und ich hoffe, wir schauen uns nächstes Mal unsere Karriere natürlich zu behalten. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wäre das echt klasse. Bis dann. Und auf Wiedersehen. Ciao. 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 Vielen Dank.